So, mal schauen, ob diese Folge kürzer wird. Ganz im Eifer des Gefechtes habe ich da zu viel gemacht. Naja, egal. So, ja, wir waren dabei, oder wir hatten vor, hier den nächsten Ausfluss zu machen. Der ist auf der gleichen Höhe. Ja, nur weit, er ragt weiter raus. Ja, ich dachte, ich hätte die Weste angezogen. Oh ja, und ich will das Ding mal wieder aufladen. Okay, bleiben wir erstmal dabei. Ich bin da viel zu hoch. Ah, das ist doof. Ja, da kann ich die ganze Viererbreite raushauen. Aber, nee, wir können das von dort aus nicht machen, von hier aus. Wir müssen ein bisschen weiter nach... Jetzt habe ich keine Erde mit. Ich habe eine Idee. Ich baue diese Erde hier ab. Die brauchen wir ja nicht mehr. So, auf diese Weise habe ich zumindest ein bisschen Erde. Ja, gut. Ist das jetzt so vieles niedriger? Ah. Das ist gar nicht so einfach. Jetzt muss ich da irgendwie nach da hinten kommen. Ich brauche noch mehr Erde. Ich nehme mal welche von dort weg. Ah, meint mit der Schaufel. Zumindest ein bisschen. Was habe ich jetzt? Ja, das ist wieder viel zu hoch. Nee, ich muss niedriger. Gut, ich muss halt erst herausfinden, wie ich das am besten mache. Ich mache mal das hier noch weg. So, dann komme ich da nämlich ganz gut hin. Ja, wie weit muss ich da jetzt eigentlich raus? Was sagt denn... Ah, zwei muss... Ja, okay. Zwei muss das rausstehen. Also insgesamt fünf. Moment mal. Hier. Ach, da ändert das ja. Okay, hier. Ein bisschen zurück. Und jetzt noch eins. Ja, genau so. Okay. Und jetzt müsste ich sogar noch eins tiefer. Kann schon mal hier das da wieder zumachen. Und auch das hier wieder weg. So, ja, genau. Hier. Das da ragt zwei raus. Okay. Achso, ich muss erst mal unten das machen. Ja, okay, gut. Ah, da stehe ich im Weg. Moin. So, und auch hier noch. Der da, genau. Und dann muss da vorne... Ja, dann ziehe ich mir da mal mit der Erde was hin. So, dann... Kommt das hier mal weg. Das kann ich alles weg hier. Brauche ich nicht. So. So. Genau. Und dann hier wieder nach hinten. Jetzt... Machen wir hier am Rande mal. So. Und jetzt kann ich das hier innen ausfüllen. Und wenn ich denn hinkomme... Wenn ich denn hinkomme... Ne, der nicht. Okay, ja, so. Oh, ich habe die Weste noch an. Ich glaube, ich muss mal was... Ne, verkehrt. Ich muss mal was trinken. Ja, ist jetzt egal. So. Da. Und jetzt müsste ich da noch hin. Ich mache mal den hier weg. Somit müsste es gehen. Ja, das dürfte jetzt genauso aussehen. Aber ich sehe gerade... Das ist viel zu weit hinten hier. Ne, da komme ich nicht hin. Ah, und dann muss ich eben... Irgendwie... Mir da was hinbauen. Gucke ich da jetzt hoch? So, ja. Gut, hier. Ne, doch. Das passt schon so. Das ist schon richtig so. Jetzt brauche ich mir nur noch Lava. Da kann ich ja hochfliegen. Das heißt, ich kann die gesamte Erde jetzt hier wegmachen. Gut, dann mache ich mal die Erde hier weg. Aber, Moment mal. Hier muss ich ja auch noch was ausbessern. Hier mit. So, das ist alles weg. Der muss auch weg. So, und wieder zur Schaufel wechseln. Okay, so, jetzt. 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 Okay, und jetzt zwei Eimer Lava und damit probieren wir das jetzt mal aus. Ach so, aber dann sollte ich ja erstmal das hier noch wegmachen. Stimmt. Dann ziehen wir damit also jetzt gleich mal komplett um. So, das kann ich einfach mal hier wieder aufstellen. So, nicht, dass die Kisten anfangen zu brennen. Ne, eigentlich sollten sie das nicht. Obwohl, ich kann die ja... Ich kann die ja doch hier zur Sicherheit einfach mal da auf die Brücke hinstellen. So. Machen wir da die ganzen Steinsachen rein. Und alles andere, was wir gerade nicht brauchen. Ah, die Werkbank aber lasse ich da. Moment, die kommt aber einfach da hin. So, und Lava-Zeug kommt dann. Ach so, da war noch mehr. So. Da noch was. Und da noch was. So, die beiden Lava-Eimer dahin. Und damit werden wir auch umgezogen. Da unten sind auch ein paar Fackeln. Ja, die lasse ich nochmal. So weit da. Ja, dann probieren wir das jetzt mal aus. Ich esse nochmal eben schnell was. Die zwei Fackeln kann ich da reinpacken. So, los geht's. Nach oben. So, jetzt aber. Oh, da hinten fehlt ja noch was. Und jetzt habe ich natürlich nicht alles mit. Ah, ich bin ja aber auch so ein Held. Ja gut, nochmal nach unten. So, nee, das nicht. Da. Dann packe ich am besten einfach wieder gleich alles ein. Und auch davon was. Da haben wir jetzt nicht mehr mit. Ja, okay, gut. Nee, Moment. So, jetzt. Ach, wie kriege ich jetzt da was hin? Ich mach mal eben ein wenig Licht. So. Da muss ja auch noch was hin. Kann ich das jetzt von hier aus? Da kann nichts passieren. Ja, das passt so. Aber jetzt kriege ich den ja nicht hin. Ja gut, hilft alles nichts. Ich muss mir da ein wenig Platz schaffen. So. Wie komme ich das wieder weg? Oh Mann, das schafft ja Probleme ohne Ende hier. Nee, das war auch die verkehrte. Der hier muss weg. So, damit ist das hier wieder alles repariert. Okay. Und jetzt brauchen wir diese hier. So. Ja, doch. Ach nee, aber da kann ich ja hier. Da kann ich ja die noch zumachen. Das sollte ja sowieso dann so sein. Da muss ich die ja dort jetzt hier gar nicht so tief machen. Das ist ja richtig kompliziert hier noch. Aber unten kann man die ja sehen. Deswegen muss das da so bleiben. Jetzt habe ich keine Steine mehr. Aber hier muss ja sowieso zum Lager. Okay, wir teleportieren uns zum Lager. Äh, Glattstein. Es ist kompliziert. So, gleich wieder zurück. Das hält uns jetzt ja noch richtig auf. Oh, das war die Werkzeugkiste unterm Tisch. So, ich glaube... Ich habe jetzt so mehr oder weniger alles. Das können wir auch zumachen. Und auch da. So. Jetzt bin ich gespannt, wo das hinfließt. Ja, das sieht gut aus. So, dann warten wir mal ab, bis das runterfließt. Ja, von unten sieht das gut aus. Und von oben passt das ja auch. Die Lava fließt runter. Ja, oh, das... Ja, da kommt man halt nicht so gut hin. Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn ich mir da aus Erde eine gute Unterlage baue. Ja. Ja, also das passt auf jeden Fall. Das sieht gut aus so. Aber ich muss was trinken. Eben. Augenblick eben. So. Dürfte besser gehen. Ich muss ja auch von oben hin. Das ist ja das. Ah, Mann. Ich habe da irgendwas im Hals. Ja, okay. Was machen wir jetzt damit? Ich glaube, wir packen da Erde drauf. Damit die Lava erstmal nicht weiter fließt. Denn das können wir jetzt da so nicht brauchen. Ne, ich muss da unten ja noch rumlaufen. Ne, dann machen wir das wieder weg. Hier passt das ja. Ich packe da einfach Erde hin. Und wenn wir die anderen genauso bauen wie das hier. Ah, ich wollte ja noch aufladen. Ja, genau. Das machen wir jetzt gleich. Nicht, dass das dann noch eine böse Überraschung gibt. So, wenn wir die also alle genau gleich bauen, dann sollte es ja da keine Probleme geben. So, da hinten sind Monster. Sehe ich auf der Minikarte, aber die dürften weit genug weg sein. Und ich muss ja nur hinlaufen. Zurück geht der mit Teleportieren. So, da muss ich jetzt einfach das da reinpacken. Genau, und noch ein bisschen warten. Ja, es wird voll. Ja, okay, gut. Na, warten wir einfach mal. Jetzt sieht man das dann. Ja, das muss ja nicht. Wir müssen ja sehen, wann es voll ist. Oh, ich sehe gerade der Helm, ist das? Ne, die Schuhe. Die sind auch fast kaputt. Naja, sollen die mal ganz kaputt gehen, dann bauen wir uns neu. Ja, das sind die Schuhe. Ja, drei. Kommt wahrscheinlich vom vielen Sprengen. So, gut. Dann wieder zurück. Äh, da hin. Wie viele müssen wir davon eigentlich bauen? So, da haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Oder da ganz hinten? Ja, doch, Platz ist ja. Ah, der wird aber ein bisschen klein. Ja, das macht nichts. Ah, da ist aber... Ne, da ist die Säule im Weg. Was machen wir denn da? Machen wir da gar keinen hin? Ja, das habe ich nicht bedacht. Ja, das habe ich nicht bedacht. Oder machen wir da nur einen dünnen hin. Nur so einen Einser. Das sieht aber auch doof aus. Na ja, da schauen wir mal. Jetzt machen wir erstmal die hier. Ich glaube, ich lasse den doch erst nochmal da. So, bauen wir erstmal jetzt den nächsten hier. Und ich glaube, wir müssen uns da erstmal... So, eine Erdunterlage bauen. Ähm... Ah, das ist doch zu niedrig. Ups. Wir müssen da in die Decke... Ähm... Wie war das? Ich musste ja auch von aus machen. Und ich kann die Treppen ja nicht so... So... Hinsetzen. Ah, das ist so kompliziert. Ah, das... Das ist ärgerlich. Aber ja, gut. Nutzt alles nichts. So, haben wir davon noch was? Ja, da haben wir noch was. Okay. Setz dich mal da hin. Ne, und ich brauche Erde. So. Wo muss das jetzt hin? Das muss ja direkt ja da drunter. Wie kommt das jetzt? So. Du kannst mal wieder weg hier. Ja, da muss auch der weg. Damit ich nämlich da oben... Hier sowas hinbauen kann. Und jetzt muss da aber... Noch einer hin. Ein bisschen von da unten erst noch mal ein bisschen Polster. So. Ja, genau. Hier muss jetzt noch einer hin. Ah, da muss ja noch was hin. Oder? Na doch, das dürfte gehen. So. Ähm... Nee, das ist verkehrt. Ich kann auf jeden Fall schon mal... Das da alles machen. Und jetzt ist... Nee, das passt schon. Dann nochmal Erde hin. Und jetzt hier... Nee, was habe ich denn da gebaut? Das ist ja verkehrt. Ja, stimmt. Das ist verkehrt. So, ich mache da mal eben der Fackel hin. Dann sehen wir da auch was. Das hier... Muss so hin. Ja, genau so. Und der so. Und ich brauche noch mehr Unterlage hier. Und noch mehr. Okay. Und... So, genau. Passt. Dann kann ich auch das hier wieder zumachen. Nein. Ah. Da war plötzlich der Untergrund zu Ende. Also die Unterlage. Naja, egal. So hoch da. So. Aber es sieht ja bislang... Aua. Ja, ist ja gut. Mensch. Sieht ja bislang eigentlich ganz... Gut aus, ja. Noch ein bisschen höher. So. Jetzt muss ich da an der Seite was hinbauen. Aber nur diese zwei hier und diese zwei... Da. Aber das sieht da anders aus. Ich glaube, ich habe das zu hoch gebaut. Nee, ich habe... Nee, ich habe... Moment mal. Ich habe das hier zu niedrig gebaut. Das da ist zu niedrig. Und ich überziehe schon wieder... Ach, Mensch. Wir sind ja nicht. Wir sind durch das in die Welt. Wir sind kurz in. Wir sind- Kens Natur.